Wir haben vom neuen Album ja schon eine ganze Menge gehört. Phönix heißt das. Was finden wir für Songs auf dem Album? Ja, wie immer bei Matthias Reim Songs, die das Leben schreibt. Ja, oder hätte schreiben können. Es sind Songs über Liebe, über Verlust, über Verlieben, über Neuanfänge, über Nachdenken. Eigentlich das, was ich in den letzten zwei Jahren erlebt habe. Aber sehr viel, sehr viel Fröhlichkeit und Positives. Ja, denn so haben wir Sie auch heute hier erlebt. Es war ja eine schwierige Zeit. Sie sind ja schwer, schwer krank gewesen. Was halten Sie? Das nennt man, glaube ich, Herzmuskelentzündung durch, ich schätze mal, völlige Überarbeitung. Und ich war mal einfach mal richtig ausgenockt. Da hat der liebe Gott gesagt, pass mal auf Feierabend, Alter. Du musst mal was begreifen. Du musst jetzt mal heilen, damit du weitermachen kannst. So sehe ich das auch. Wie haben Sie die Zeit selbst erlebt? Das ist doch ein Schock gewesen sein. Der Moment, als der liebe Doktor zu mir sagte, ob Sie überhaupt je wieder auf die Bühne gehen, wissen wir noch nicht. Das war nicht einfach. Da musste ich echt schlucken und brauchte einige Stunden, um diesen Satz zu verdauen und wie ich damit in Zukunft umgehen werde. Und dann waren halt vier, acht, zehn, zwölf Wochen ziemlich still. Ja, und das Wiederaufstehen ist eine Willensfrage. War nicht immer ganz einfach. Aber das Ziel, wo ich hinwollte, das war klar. Dass ich in so kurzer Zeit wieder so zurückkomme, hätten auch die Professoren nicht für möglich gehalten. Aber ich. Ja, haben Sie immer an sich geglaubt? An diese Kraft? Woher kommt denn diese Kraft? Das frage ich mich auch manchmal. Das ist einfach dieser Wille, auch die Wut, die ich gekriegt habe, doch nicht mit 58. Das kommt doch gar nicht in Frage. Und du hast all die Jahre so hart dafür gearbeitet, die Hallen und die großen Open-Air-Bühnen vollzukriegen. Das kannst du doch jetzt nicht sausen lassen. Das ist dein Lebensinhalt. Und ich glaube, das ist schon so eine Willensgeschichte. Aber ich hatte auch einfach tolle Unterstützung. Ich hatte tolle Ärzte. Ich habe tolle Trainer gehabt. Und dieses ganze Paket zusammen mit dem Ziel, mich wieder hinstellen zu wollen und das alles, was ich da angefangen habe, zu Ende zu bringen. Ja, also meine ganze Familie oder meine Freundin oder meinen Sohn, die sind fassungslos. Wenn ich ihnen dann sage, so Freunde, ich gehe jetzt mal zum Sport. Und die kommen dann immer so gut gelaunt wieder. Die sagen mal Respekt. Selbst wenn ich vorher noch irgendwie sitze, heute bin ich so müde und gestern war es so spät. Ich glaube, ich sage ab. Dann fällt mir ein, ich habe mir geschworen, niemals abzusagen. Und dann steppe ich mich da und sage, du, ich bin heute total schlapp. Sag dir in zehn Minuten nicht mehr. Und jedes Mal, wenn ich dann da rausgehe, sage ich, ja. Und freue mich über mich und die Fortschritte, die ich gemacht habe, über das, was gerade wieder entsteht und dass ich mich jetzt so eigentlich besser fühle, als ich es mich in den letzten zehn Jahren je gefühlt habe. Ja, und noch lange nicht fertig bin mit meinem Programm. Gut ab, also super. Wie haben Sie Ihr Leben jetzt geändert? Gibt es jetzt kein Bier mehr, keine Zigaretten? Ist jetzt alles anders? Nein, ich möchte ja ein fröhliches Leben führen. Also habe ich, natürlich wird es mein Vorauftrittsbier, wird es immer geben. Und auch wenn ich abends aus dem Studio komme und den Kühlschrank aufmache, ich nehme mir mein Bier. Kommt gar nicht in Frage. Und das Rauchen wollte ich auch aufgeben. Ich habe es reduziert. Und ich glaube, ich bin zu schwach dazu. Aber ich muss auch Gott sei Dank sagen, dass weder mein Bier aus dem Kühlschrank, noch ist das Rauchen die Ursache für meine Erkrankung, weil so. Und nach all den Untersuchungen kann ich auch sagen, dass mich das bislang nicht tangiert. Also da ist nichts, da war nichts und das war auch nicht die Ursache. Natürlich weiß ich, und ich sage jetzt auch allen Jugendlichen und Kindern, fangt gar nicht erst an mit dem Blödsinn. Es kostet nur Geld und es ist definitiv nicht gut. Okay, Helmut Schmidt und ich haben eben nun mal die Gene. Dass wir das durchziehen können. Nein, ich will auch irgendwann über kurz und lang mal aufhören. Aber jetzt muss ich erst mal wieder auf die Bühnen und das neue Album rausbringen. Und ich glaube, für Rauchen aufhören braucht man ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe. Das kann man nicht, wenn man so in Riten verhaftet ist. Im Studio ist es ein Ritual, wenn ich mich ans Mischpult setze. Ach, und vor dem Auftritt, wenn sie mir mein Glas Bier bringen und meinen Aschenbecher hinstellen. Hier darf man zwar nicht rauchen, aber Matthias, du darfst jetzt fünf Minuten. Wir haben den Rauchmelder abgestellt. Das sind Rituale, auf die ich möchte und möchte ich im Moment nicht verzichten. Ich meine, psychisch brauche ich die. Aber trotzdem, Sie haben Ihr Leben geändert. Was sind so die neuen Impulse, die Sie jetzt nehmen? Ich nehme mehr Zeit für mich. Ich nehme mir ein bisschen mehr Recht auf glücklich sein, auf Zeit, mein Glück zu leben. Ich nehme mir Auszeiten. Auch während der Tournee habe ich gesagt, lasst mich nicht mehr als viermal hintereinander spielen. Gebt mir dann drei Tage, wo ich nach Hause kann. Ja, und auch im Sommer, wo ich auf dem See rausfahren kann mit meinem Boot und einfach zwei 48 Stunden Handy aus. Lasst mich. Gebt mir die Zeit und die Möglichkeit, mich auf Dinge außerhalb meines Berufes zu freuen. Einfach so nutzlose Dinge wie Rasen mähen oder Autowaschen oder mit dem Motorrad Kaffee trinken zu fahren. So, das, was jeder macht, wo sich jeder darauf freut und wo man mal runterkommt. Tut auch gut, genau. Das habe ich fest eingeplant. Und ich hoffe, dass ich wenigstens die Hälfte davon durchkriege. Sie haben vorhin gesagt, das Thema Tod ist Ihnen auch durch den Kopf gegangen. Was denken Sie über den Tod? Für mich ist das ein Albtraum. Also der Gedanke, ich kriege es ja nicht mit, wenn ich tot bin. Das ist mir dann egal. Aber ich habe natürlich darüber nachgedacht, was wäre gewesen, wenn, und ich hatte ja Glück, die letzten Konzerte waren wirklich haarscharf. Ja, durch die Anstrengungen, weil ich nicht wusste, welche Krankheit ich habe. Aber es war wirklich nicht komisch. Das hätte mir so leid getan. Also gar nicht um mich. Um mich hätte es mir auch leid getan. Aber meine Kids und meinen Sohn und meine Freundinnen, die würden ja alle da stehen und sagen, und jetzt? Also ich hätte ein Riesenloch gerissen, was ich mir noch nicht, das ist noch nicht so weit. Ich kann noch nicht gehen. Ich habe einfach noch zu viel zu tun, zu viel Verantwortung und ich muss noch zu viele Menschen ins Leben schicken. Mit meiner Kraft, mit meinem Geld, mit meiner Unterstützung. Das kommt noch nicht in Frage. Da können wir uns in 25 Jahren nochmal drüber unterhalten. Na, lieber Freisich, Sie haben, so wie gesagt, Ihre Freundin Christine hat Sie auch sehr unterstützt. Wo hat sie Ihnen geholfen oder zur Seite gestanden? Sie war da. Sie war da in der schweren Zeit und da war ich nicht unbedingt charmant. Ich war nicht attraktiv, ich war nicht glücklich, ich war fertig. Und hat mit einem solchen, sehr, sehr liebevollen, mit so einer Power in mir den Optimisten wieder eingeschaltet. Und war immer an meiner Seite. Und hat sich mit mir gefreut, als es wieder aufwärts ging. Und wir haben nächtelang geredet und haben uns noch ein Bier aus dem Kühlschrank geholt und haben gesagt, komm. Ja, und ich guckte und dachte, hey, guck mal, ich komme wieder. Und ich schaffe den Berg hinterm Haus. Ja, und es kam immer mehr dazu. Und wenn du dich darüber mit jemandem, ja, mit jemandem darüber sprechen kannst, der sich mit dir freut, ja, der dich an die Hand nimmt oder festhält. Und in solchen Momenten gibt es schon mal Momente, wo du an dir selbst zweifelst, wo dein Selbstbewusstsein, ja, Mr. Unverwundbar, Mr. Mega Man, ja, gar nichts mehr. Es gab Momente, wo davon nicht mehr viel übrig war. Außerdem, außer diesem Traum, es hinzukriegen, es zu schaffen, wieder auf die Bühne zu gehen, wieder rauszugehen, wieder ein Flugzeug zu besteigen, wieder loszufliegen. Haben wir geschafft. Und Respekt, ich habe eine tolle Freundin. Was bedeutet sie für Sie? Sehr, sehr, sehr viel. Was macht denn eine Liebe glücklich, wenn ich mal so fragen kann? Das ist eine ganz schwierige Antwort. Das ist so vielschichtig. Genauso wenig, wie man ermessen kann, was unglücklich macht. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, wir gehören zusammen. Das ist eine Überzeugung. Wir kennen uns auch schon zu lange. Das ist auch keine rosa-rote Brille, viel mehr. Aber ich glaube, durch so Prüfungen zu gehen, das verbindet schon. Das schafft auch, das ist so eine Schöpfung von so einem Vertrauen. Ja, zu wissen, da ist viel mehr als nur, ach komm, wir sehen beide ganz gut aus und sind Promi-Pärchen. Lass uns mal da ein bisschen durch die Szene hüpfen. Ich bin auch kein Typ für rote Teppiche oder so. Wir sind beide ganz gerne etwas zurückgezogen. Aber jetzt können wir rausgehen. Die Leute wissen es, dass wir zusammen sind, dass wir uns lieben. Und wir verstecken da nichts mehr. Und wirklich scheiße auf die paar Jahre Unterschied. Wir merken das nicht. Hört sich gut an. Können Sie sich noch mal Kinder vorstellen oder vielleicht sogar Hochzeiten? Nein, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Oder sagen wir so, wir denken im Moment überhaupt nicht drüber nach. Also, wir denken darüber nach, Musik zu machen und die Freizeit, die uns das jetzt noch lässt, gemeinsam zu verbringen und miteinander zu verbringen und das Leben auf die Reihe zu kriegen. Und wir müssen damit keine Unterschriften leisten, so nach dem Motto Garantievertrag. Für immer. Garantien gibt es nicht. Aber wir haben beide, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei. Was hier beginnt, ist das falsche Wort, was hier wächst. Sie sind ja auch Vater, Sie haben schon Kinder. Und ich kann mir vorstellen, so Patchwork-mäßig zu leben. Es ist ja vielleicht nicht immer ganz einfach. Oder wie fand das bei Ihnen? Ach ja, ich sage immer, Patchwork ist scheiße. Es ist komplizierter. Weil du musst auf so viele Faktoren Rücksicht nehmen. Und du musst versuchen, so eine grundharmonische Stimmung zu schaffen, dass man sich miteinander austauschen kann. Das ist nicht einfach. Ich habe mir das auch nie gewünscht und nie gewollt. Ich bin in der Situation, dass ich es leben muss. Und eben nochmal in die Situation gekommen, dass ich es schon wieder leben muss. Ich patche nach bestem Wissen und Gewissen und versuche es so verantwortungsvoll und gut wie möglich hinzukriegen. Versuche aber auch, und das hat sich geändert, irgendwo in der Mitte stehen zu bleiben und zu sagen, ich habe auch noch ein Leben. Sie haben auch gesagt, Sie müssen auch finanziell eine ganze Menge gruppen. Sie könnten auch gar nicht einfach mal sich verabschieden. Also ich könnte gar nicht tot umfallen. Das wäre eine Katastrophe für Kinder, für Ex-Frauen. Das geht im Moment nicht. Also ich muss da auch einfach stehen und will einfach dafür sorgen, dass es allen gut geht und dass sie ein schönes Haus haben und glücklich sind. Und wenn Papa eben dann die draußen lebenden Kinder am Wochenende abholt, dass er mit einem fröhlichen Grinsen sagt, hey, viel Spaß, bis übermorgen bringe ich sie zurück. Dass das eine Normalität kriegt, eine freundschaftliche, schöne Normalität. Das geht meistens erst nach einer gewissen Zeit, wenn Wunden verheilt sind, weil Trennungen sind nicht lustig. Und welche, die über so lange Zeit gehen, sind schon mal gar nicht lustig, weil da schon viel verarbeitet werden muss. Aber ich versuche, das Beste draus zu machen und bin da. Und dafür muss ich auch einfach da sein und Dinge auffangen. Und im Moment ist es an einem Weggehen. Kein Denken. Also hoffe ich. Also lieber Gott, ich brauche noch ein bisschen. Glauben Sie, dass da oben wirklich jemand ist, der uns entsetzt? Ich weiß es nicht. Okay, deswegen nennt man das ja auch Glaube. Aber mir sind so viele Dinge im Leben widerfahren, die mich manchmal schon stutzig machen. Ich habe das Gefühl, da ist jemand, der meine Wünsche erfüllt. Zwar über ganz andere Wege, die ich erwartet habe. Er macht es mir nicht leicht. Aber er schickt mir immer auf diesen Wegen diese Dinge, die ich mir herbeisehne. Ich muss sie nur sehen und erkennen. Also ich glaube schon, dass da was ist. Aber wie und in welcher Form, dafür bin ich nicht der Typ, diese Frage zu beantworten. Vielleicht sehe ich es ja dann mal, wenn ich dann wirklich gehe. Aber da kann ich es auch nicht mehr mitteilen. Also die Ärzte sagen, sie sind fassungslos, wie schnell ich regeneriere. Gott sei Dank sagen die das. Und die haben gesagt, viel Spaß. Aber trotzdem sagen die, das, was ich mir natürlich nach sowas aussage, passen Sie ein bisschen auf sich auf. Seelisch wie körperlich. Nehmen Sie sich Auszeiten und tun Sie etwas für sich. Herein. Und ansonsten Respekt. Was wünschen Sie sich für die Zukunft für sich persönlich? Ich möchte jetzt einfach mal glücklich sein. Ich möchte einfach mal stabiles Glück erleben und aufrecht gehen und all diese Glücke, für die ich noch verantwortlich bin und mitverantwortlich bin, alle mal in den Griff kriegen, sodass alle glücklich sind. Und dann habe ich meinen Job gemacht. Und dann werde ich zum Egoisten und werde selber glücklich. Dann wünsche ich Ihnen das. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank.